Servus Leute, Powerpyro hier. Heute haben wir mal zwei Feuerdrachen Handfontänen von Komet Feuerwerk für euch. Und ich würde sagen, zünden wir die Dinger mal. Los geht's. Okay, dann packe ich die beiden mal aus. Oh ja, sehr schönes Design, wie ihr sehen könnt. Und laut Verpackungen kann man es in der Hand zünden. Ich probiere es jetzt einfach mal. Halt die ein bisschen weg. Oh, Alter. Ja, nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht, ja. Ich würde sagen, damit die Packung leer wird, zünden wir einfach direkt noch einen zweiten Feuerdrachen. Das hat noch ein bisschen länger gebrannt, oder? Ja, doch, die Brenndauer war deutlich länger. Ja, also ich würde sagen, die Feuerdrachen waren gar nicht schlecht. Es sind aber für Ältere eher nicht, sondern eher was für Kinder. Also wenn ihr eurem Kind was Gutes tun wollt, kauft ihm Feuerdrachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.